Tittittitt! Ah, ich bin tot! Aaaaaaaaaaah! Zocken, wann's rauskommt. Wie geht's dir Floor, Lukas? 30 September 98. Oh, es geht schon los. Es geht schon los. An jenem Tag. An jenem Tag einsteigen, Bruder. Kein Glück. Okay, okay. Ich hatte keine Wahl. Das Training. Die Missione. Ich hatte keine Wahl. Nix bei dir. Bist du Reim oder Resident Evil, Junge? Bock? Aber sie brachten mich auf andere Gedanken. Wenn ich jene Nacht nur vergessen könnte. Wenn ich jene Nacht nur vergessen könnte. Mit den Schmerz. Nur für einen Moment. Diesmal kann ich was bewirken. Diesmal! Das muss ich. John, was geht ab? Danke fürs Einschalten. Sendi, danke fürs Einschalten. Guten Morgen. Habt ihr da eine schöne Woche? Ja. Wie viel geht weiter die Demo? Gute Frage. Oha. Mark auch da. Vielen, vielen Dank für jeden, der hier ist. Krass. Remo 6. Spiel später. Sechs Jahre sind seit. Seiner. Ey, das fängt schon an. Das ist nicht mal der erste Satz. Und ich kann schon nicht mehr reden. Sechs Jahre sind seit der Katastrophe von Rock'n City vergangen. Warte, hab das nicht gerade vorgelesen? Skip. Oh, warte mal. Sind wir direkt? Oh, damn, son. Oh, die shit. Immer zurücklaufen, Leute. Immer zurücklaufen. Das ist der Key. Damn, Alter. Alter, das sieht echt geil aus. Eigentlich gibt's meistens mal einen E-Stack oder sowas, wenn man zurückläuft am Anfang. Das ist der Trick. Oh, das sieht richtig krass aus. Holy shit. René, wie geht's dir? Meine Woche war schön. Meine Woche war schön, Sendi. Das hat auch eine schöne Woche statt gehabt. Schuh! Damien, der Glücksspiel-Faker. Hä, was für Glücksspiel-Faker. Komm ich hier rein? Ne. Das sieht voll geil aus, Alter. Holy shit. Ich laufe immer gerne einmal alles ab, weißt du? Ich gucke immer ganz gerne eine Gruppe drum. Hast du dich runtergeladen? Doch. Aber ich weiß nicht mehr. Ich hab einfach über die Nacht runtergeladen. Das war nicht, glaub ich, so viel. Ich weiß auch nicht, wie weit er gegangen ist. Das klingt aber nicht gut. Das klingt nach komischen Raben hier. Oh, was ist denn hier passiert? Ist das ein Schaf? Die Qualität ist krass, wa? Hä, dafür hab ich mir das jetzt angeguckt? Was du spielen? Ich spiele Resident Evil. Ich sag schon, Rainbow. Guck mal, ich bin schon so. Ich spiele Resident Evil 4. Die Demo. Das Spiel kommt ja bald raus. Da gibt's ne Demo dazu. Oh, Stacheldraht. Haken. Mein Fuß ist heute abgefallen, deswegen konnte ich keinen Ticktock holen. Ich hab gesehen, dass du einen Ticktock holen hast, du Vogel. Ich hab's doch kommentiert. Oh, ne. Die haben einfach meinen Hasen hier zerhackstückelt. Na, den gewinnen. Ja, den kriegst du, kriegst du. Den kriegst du. Ich muss da zuerst mal zur Tankstelle fahren. Mach ich morgen. Ich hab's wirklich vergessen heute. Aber ich mach's morgen, versprochen. Kriegst du. Man, jeder hat's da bekommen. Bloß wegen Paysafe. Paysafe will keiner haben. Weißt du, das Ding. Guten Morgen. Aufstehen. Schule. Hm, mal kriegst du schon. Äh, was geht du? Wo, Arzt? Geiles Game mit krasser Grafik hol ich mir auch. Wer ich mir auch holen. Definitiv. Kommt der bald raus. Das ist jetzt die Demo, die umsonst ist. Das sieht richtig geil aus. Ich find's witzig, dass ich gerade eben Resident Evil 8 geändert hab. Und jetzt Resident Evil spielt. Ist ja nur die Demo. Aber trotzdem. Hallo? Wer schließt denn hier die Tür hinter mir? Oh, jetzt wird's hier wild. Hab's gesehen. Wie gottlos, ich bekomme keine Nachrichten mehr, wenn du streamst. Hamster! Danke fürs Einschalten. Ja, dann mal aus und mal anmachen. Also nicht auf Entfollung klicken, sondern vielleicht mal die Dinger anklicken hier. Die Glocke nochmal. Danke für jeden, der hier ist, Leute. Krass! Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Wie geht's euch, Leute? Sag mal von der Skala von 1 bis 10 und 10 ist Bombe. Wie war euer Tag, Leute? Und wie geht's euch so rum? Was ist los, Fleur? Hm. Paysafe besteht... Nicht Spaß, aber ich muss in den Sub-Pane... Achso, ja. Oh, hallo! Sei süßer! Junge, er läuft wie ein Boss, Alter. Er läuft einfach wie ein King. Du stinkst. Boah, ich war duschen. Wenn wir weg, will ich es nicht sehen. Sorry, Bruder. Das war eh nur die Demo! Ausreinigt, das. Danke fürs Einschalten. Fünf, warum? Fünf und zehn? Zehn, Leon. Freut mich. Komm rüber, Fleur, wenn du bockst. Oh mein Gott. Die Marke. Da ist er. Mario Fernandes! Hinter dir, Bruder! Ich glaube, er bleibt ganz gut, oder? Boah, Junge-Kartik. Boah, damn, Alter! Sheesh! Ich glaube, der ist tot. Ich glaube, er schläft. Du, das bin ich einfach beim Kacken, ey. Gut, dann geht's dir gut. Ja, mit dem Schlüssel. Weiß mal, was... Boah, kann man die super probieren? Wait! Ich will die probieren! Sechs von zehn? Eins, acht, sieben von zehn. Warum fünf von zehn? Sieben, sie sind vierten zum März, oder? Bin gebrochen. Customs und Vollend waren heute nicht so gut. Ach, Bruder. Nimm doch erst mal ein Stück von der Suppe, dann geht's dir besser. Glaub mir. Hat er extra für dich gemacht? Oh, nein! Hasi! Was haben sie mit Hasi gemacht? Ist noch was? Lass dich aufboden. Ach, die Dienstmarke. Hebe die doch auf! Ui! Mario Fernandes! So, sind wir alle aufm Klo. Glaub mal, wenn du denn das T-Shirt auszieht, dann ist es vorbei. Denn das sind die harten, das sind die harten Stunden, Tage, Wochen. Bruder, ich möchte nicht mal die Rotze angucken. Wie komme ich jetzt hier raus? Ah, hier. Ja, genau nachdem ich es durchgespielt hatte, Resident Evil 4 HD, haben die den Remastered angekündigt. Und ich werde es auch definitiv spielen. Oh, ist es hier dunkel, hallo? Hallo? Mein Fahrrad! Ist gar kein Fahrrad, wa? Oh, cool. Oh, cool. Ja, Fiesers im März werde ich definitiv streamen, Leute. Also... Guten Morgen auf den Schuhlern! Juhu, hier ist aber... Ist doch ein künstliches Begab... Oh, wo ist denn hier los? Lemmy Wings? Lemmy Wings? Oh, Mann. Oh, wenn die beiden zittern... Also ich hab... Vielleicht sind K auf 50 K erstmal... Ähm... Oh... Er sieht schon süß aus, sind wir ehrlich? Er sieht schon süß aus. Ey! Geht's dir gut, Bruder? Das ist des Roblox. Das ist ein Mod. Er hat nur Götterspeise gegessen, Leute. Er hat zu viel Götterspeise gegessen, Leute! Er hat zu viel Götterspeise gegessen, Leute! Er hat zu viel Götterspeise gegessen! Wie ist ihr Status? Hm... Was ist hier los? Jetzt, jetzt kommt der Kampf, jetzt kommen die Gegners... Kommt ran hier... Er hat nicht Roger gesagt? Oh, hat er wirklich nicht. Das gibt eine Anzeige. Was war das? Was war das? Hallo? Hallo? Nicht dein Ernst! Ey, Bruder! Immer nicht rot! Ey, ey, ey! Er frisst mich, Leute! Er frisst mich! Was mache ich da? Ungleichgewanded, Alter! Kann ich den Tod stoppen oder so? Ah! So kann ich machen! Okay, seh! Okay, seh! Okay, seh! Hey, Leute! Mein Hund ist gestorben, hat heute... Okay, fass! Er hat dich runtergeladen! Das glaub ich dir gern! So, Leute! Resident Evil 4 Demos runtergeladen! Bruder, ich hab noch zwei Schuss! Wie soll ich das jetzt schaffen? Ich muss ausweichen, Leute! Ausweichen! Muss ich wegrennen? Diese Tricks! Wie soll ich das jetzt schaffen mit zwei Schuss? Seht sich aus wie John Wick oder was? Wir sind jetzt in halben Stunde wieder, okay! Hallo? Kommt jetzt hier durch? Oh! Oh! Ah! Ich weiß, wo wir sind! Oh nein! Bücher! Oh mein Gott! Ist das gruselig! Schnell weg hier! Basti! Ja, sogar früher... Ich musste... Ich hab heute sechs oder sieben TikToks hochgeladen! Von gestern noch! Weißt du, weil ich gestern keine hochgeladen hatte! Du bist in einem Haus? Ne, war es nicht da, wo ich dann mitgenommen wurde? Ist es nicht die Stelle, wo ich dann mitgenommen wurde? Und dann wurde ich doch... Wurde mir doch der Virus infiziert? Was ist? Die Audi auf Instagram mit der Fliege? Ich will wieder nur mal... Der war echt... Der ist mir spontan eingefallen! Der war gut, oder? Die Präsidententochter! Baby Eagle! Sie könnte... Ich hab dieses Muskelkater! Für meinen Rücken kratzen! Baby vermutet hatten! Gut gemacht! Damn, Alter! Rote Brille und roter Lippenstift, Bruder! Ganz ruhig! Vielleicht ist sie dort! Verstanden! Ja, der Support ist krass, was du denn hast, Junge! Der Support ist krass! Danke an jeden, der hier ist, Leute! Vielen, vielen Dank! Später, Rainbow Six! Meine Begleiter sind... Hallo? Kloppt er... Aber er klopft wenigstens, oder? Er klopft! Komm, was los! Melde mich! He is Johnny! Puh, wer ist er denn? Oh, ich hab nur zwei Schüsse! Was soll ich jetzt machen? Ich find selbst raus! Boah, Mann! Er springt einfach durch das Fenster her! Wie Red! Ich bin selbst raus! GG, Alter! Tschüss, Bernd! Fred? Ah, was? Das ist das gute Besserung, Mann! Besser ist das, Alter! Stell dir vor, ich muss jetzt gegen drei Leute kämpfen mit zwei Schüssen! Das geht gar nicht! Das wäre echt uncool! Alter, das sieht so krass aus, das Game! Holy Shit, Alter! Darauf freu ich mich schon! Oh, was ist denn hier los? 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 Basti, wie geht's dir? Bruder, ich hab nur zwei Schuss, Mann! Bitte mach einfach! Oh, ne Kiste, ne Kiste, ne Kiste! Sag ich mal seine Kiste! Er dreht die einfach kaputt! Marcel Davies aufmachen! Oh, man kann nicht speichern! Schießpulver! Mein Brustkorb tut so weh, ich hab zwei Kilo Medizinball auf den Brustkorb bekommen! Immer, immer, immer den Kopf annehmen! Medizinball immer den Kopf annehmen! Boah, ich sehe gar nicht, voll dunkel hier! Ja, meine Mutter ist halt gestorben und jetzt auch mein Vater und mein Bruder! Das glaub ich dir gern! So, Leute! Die Resident Evil 4! Chainsaw Beta ist, äh, Demo runter ist runtergeladen! Krä! Nein! Oh, RIP! Mit Kopf! Immer, immer mit Kopf annehmen! Was ich gedacht hab im Vorrang! Du, das, du, dieser Busch sieht richtig, der, der ist richtig büschig aus, dieser Baum! Guckst euch an, Alter! Der sieht richtig gemütlich aus! Da würd ich auch gern reingehen! Der wir ab, ab wir ab 15 Euro gut haben! Skins kaufen! Wo geht's? Ne, von, wo kam ich denn jetzt? Achso, selber, okay! Gehen hocken! Gute Messerung, wo geht's denn hier lang? Oh! Kiste, Kiste, Kiste! Oh, Junge, das Game sieht richtig geil aus! Ich bin echt gespannt, Alter! Full Game! Ich hoffe ja auch auf ein Resident Evil 5 Remake! Ich hoffe so sehr! Ich hoffe so sehr auf ein Resident Evil 5 Remake! Das wär so geil! Ich würd mich so freuen! Ich würd mich so freuen über Resident Evil 5 Remake! Oh, Bruder, ganz oben! Kombo! Der arme Bruder! Oh, er ist schon tot! Oh, Bruder! Ja, Junge! Was schubst du mich? Oh, Junge! Abstechen! Ey, abstechen! Wow! Boah, das sieht richtig geil aus! Boah, Karim, Junge! Ganz ruhig, Karim! Ganz ruhig! Denk... Planen meine Karte? Was zum? Der mach ich! Ah, nein! Guck mal, jetzt hast du mich abgelenkt, Mann! RIP! Jetzt bin ich One-Hit! Verflucht! Ach, Brudi! Jetzt bin ich... Mann! es hat mich abgelenkt man kann sich gleich die bärenfalle rein jung einfach eine achse in die schulter was bist du denn vor einer wie frech heilen heilen ja benutzen ich kenne es wer kennt es nicht das gute alte spray ich habe mich einfach abgestochen hat mich einfach abgestochen mit flash krautrot ich brauche aber krautgrün weil krautrot und krautgrün kann man gut kombinieren dann ist es ein besseres leben dann kriegst du mehr lebensdruck schnell zugriff nix neues in frankfurt ne ne ich wills stream nach haus rein was was nass danke fürs einschalten man bekommst du morgen aber ich werde morgen nicht streamen leute ich werde morgen nicht streamen morgen streamen frei morgen mit girlfriend day aber mittwoch mit wer da aber morgen kommt ein video leute morgen kommt ein youtube video vielleicht sogar das hier mal gucken vielleicht sogar noch das gameplay wer es nicht zählen kommt hier oh das sieht so krass aus jungen erst mal erspäen was könnt ihr sehen hallo fred ach du scheiße feuriger bomb mit verschenken sub ey kassi jungen bitte chill mal bitte chill mal bitte danke basti für den verschenken sub jungen vielen vielen dank danke 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 ganz viel liebe geht raus aber wir schleichen uns rum was ist das nackenflin das du leid geteilt hast ehre wir schleichen uns rum wir schleichen uns rum wie eine schlange guck jetzt im kaut grün kaut rot kann man nämlich kombinieren freunde ja so ne guckt es euch an der profi du hast gefragt wenn ich sehe alles gut ich komm du wurdest abgestochen jungen einfach mit einer axt jungen ey ganz kurz fun fact jungen apropos ich bin heute ich wollte vorhin geld abheben gehen bei mir ist ein reber und dann gleich daneben ist eine sparkasse ich gehe in die sparkasse rein ganz selbstverständlich hol ich meine karte raus auf einmal ich sehe der automat komplett gesprengt daneben sitzt ein security typ auf der heizung und sagt so heute kein geld ja ok gut denn nicht einfach gesprengt annegret bist du das wir pirschen uns ran wie eine schlange spinne berlin halt ja da regelt es auch bei savekarten kurs ok dann ich hole morgen welche glaube ich geh morgen ich geh morgen nämlich ins kino und dann hole ich morgen finde ich mehr süßer Leute wir pirschen wieder wir pirschen wir pirschen uns ran Leute pssst 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 ok ok Leute oh der ist Bernd Bernd pssst komm hier rein Marcel darf es aufmachen jo und das macht er richtig laut du bist doch ein vogel welchen film äh scream aber wie komme ich jetzt an den typen vorbei soll ich den handy drücken oder was der guckt mich auch an der typ guck mal guck mal ich weiß nicht was er sieht warte mal guten morgen schule dann mal los ro oh oh ahhh tschüss aufmachen aufmachen in der Sackgasse ich seh mal ein Fenster raus hier oh ich bin gedocht tschüss alter holi ich bin nie wieder in Sub ich bedanke mich für den Sub die Junge seiner Augen das haben die mal richtig ich will doch nicht das überleben ich hab nur den Einzelschuss guck mal und er chillt hier auch schon auf zu campen alter Karate-K was soll ich machen was soll ich machen Karameo, die wurden Sub geschenkt Bruder Muku wo ist der Brief? da kennen sie ihn ich höre ihn einfach nur ich höre ihn nur oh nuku oh shit da kommt der Brie oh nein Leute oh nein er ist nur Teamkill machen sehr gut er ist auf meiner Seite Leute er ist auf meiner Seite Bruder auf ihn auf ihn ich bin tot ich bin so tot ich bin tot ziel 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 nein ich bin tot kommt er ist tot junger ist das so schwer ich bin in Gefahr ich bin der Klub wir sind ihm viel besser habt ihr schon 50 mal durchgezockt diese Ladezeiten ich bin einfach in der Demo gestorben Leute wer kennt es nicht wie soll ich denn sonst da durchkommen er sagt Noob René Junge werden wir erst mal 18 Bruder hat jetzt jeder gesagt das ist René den ihr schreien hört das ist René wenn ich den Vorteil abziehe fühlst du René? ich habe keinen Schlüssel Leute fuck wie soll ich den Chainsaw wie soll ich also ich ich und Mike haben damals den Chainsaw Typen Chainsaw Oli genannt er ist und bleibt auch Chainsaw Oli aber ich brauche dafür einen Schlüssel Mark ich habe also ich wünsche mir eigentlich eher Resident Evil 5 Remake ich liebe Resident Evil 5 also Resident Evil 5 ist auf jeden Fall mein Lieblings Resident Evil eigentlich war sie gar kein Zombie weißt du stelle mir vor was für ein Plotwist sie ist gar nicht infiziert weißt du sie ist doch normal ich habe sie einfach getötet das war immer lustig wenn das so zockt wir gerne man ja Massimod das spinnt ich habe keine Ahnung ich glaube ich weiß warum Massimod ich weiß warum wird erstmal gut in Games und nicht immer geboostet ja ja René deswegen spielst du kein Rainbow Six mehr öffentliche und dann können wir noch gucken ich glaube daran liegt oder weiß nicht aber ihr könnt follow us da musst du noch was einstellen ich weiß was dann sag mal bitte wenn du so nett bist dann sag mal Bescheid ja ok ich bin am Arsch Leute ich weiß ich habe keine Ahnung was dann mal los was soll ich denn machen ich kann in den Turm gehen moin Freunde tschüss tschüss dann ein bisschen Ruhe können wir nicht in den Turm hochgehen hier war das nicht so ja kann man sogar let's go hoch 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 können wir hier runterspringen jetzt machst du einfach so wenn einer oi 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 ich bin einfach durchgebrochen ich habe Arschbombegrad gemacht what the fuck und wo das ist viel zu viel alter attacke einfach so wie auf der Schuhluft weißt du einmal so einfach so treten und dann wegrennen ich habe mal genug jetzt hey Bruder pass dich an du dergige Kuh wie viel kommt denn da noch es reicht doch ist doch einmal genug im Haus links ist der Pump wo links da vertrau dir jetzt wenn da jetzt keine Pump ist bin ich am Arsch Marcel Davies aufmachen hör die Tür das ist der Ehe alter ehi 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 wo 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 sie kam ooo 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 oh oh nein jetzt kommt er andere Seite 0 jonas sag dass du likegegen hast gleichs gemacht um das konnte sein auch sieht voll krass aus haben die richtig da sieht richtig psycho aus easy xp ob oder man war schon bist du hast du schausten Ich bin tot Mann Bruder, wo soll Wo krieg ich jetzt ne Papier? Huhn, helf mir doch mal Sie schlackiert mich auch Ich renne weg Ich renne weg, Leute Ich renne weg Mann, es humpelt er, Bruder Er humpelt Hier in dem Haus, die Pump Vertrau dir, wo ist die Pump Oh Mann, die nimmt die Abkürzung Ach du Scheiße Er schubst mich einfach, der Hund Gefressen Junge, da kommt noch einer Junge, da kommen zwei, Bruder Yeah, Boy Bleib liegen, bleib liegen Bruder, wie viel sind denn hier? Jo, du brennest schwein Was, 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 was Nee, nee Bruder, warum facket, warum brennest Jo, das facket einfach ab Was ist jetzt los? Was ist jetzt los? Jo, diese Kuh, Alter Sie hat, er muss bei Stream Elements of Loyalität Okay Ich küsse dein Herz Ich küsse dein Herz Irgendwas war denn das? Was war denn das, Alter? Die eben auf, du bist so mutig Kannst mal sehen An den Abasmus klicken Jetzt, mach mal jetzt Vergiss überhaupt nicht Ich vergesse überhaupt nicht Ich werde erstmal looten Du erstmal looten, Levin Mein Lieblings-Royalität ist 7 Boah, ich hab's immer noch durchgespielt Du bist in 7 Warte, warte Du meinst stream Loyalität Und dann mach die Da gibt's aber, Bruder Leute Gibt das nicht Zum Bingo? Zum Bingo Das war's, ja? Das war die Demo? Das war die Demo Oder? Gut Das war die Demo Die Demo